Herzlich Willkommen im Blumenthal. Hier wohnen die Ameisenkinder Ella und Aua. Möchtest du sie besuchen? Sie leben in einer hübschen kleinen Wohnung in einem Baum, gut versteckt hinter vielen Blättern. Siehst du sie? Da ist ja ihre Wohnung. Aber die Türe ist geschlossen. Klingelst du? Wenn wir Glück haben, sind die beiden Ameisen zu Hause. Da sind sie ja. Erstaunt schauen sie sich um, wer bei ihnen geklingelt hat. Aber sie entdecken dich nicht. Aua, neugierig und abenteuerlustig, will sich sogleich auf die Suche nach dir machen. Ella zögert noch, denn sie kennt die Überraschungen und Gefahren von Wald und Wiese.